meinem und herrn sie sind dabei eine neue woche mit die zwei guten tage fleischhammer ja wunderschön guten abend fleischhammer ist aus dem geschnallt ich habe mich gerade gefragt hört man das das klickt man das wäre wir machen es ja wenn man sehr wir meine ich irgendwie schnitttechnik wir haben ja nicht das vor dem dinge irgendwie davor geschnitten sondern ich spiele es ab und wir legen dringend manche machen sie richtig aufwand mit podcast da kann es ja so richtig mit irgendwelchen seiten wurde dann auch noch geld zahlen muss und wir haben so ganz einfach bei spotify auch geladen kann man sich kostenlos und wenn man aus nicht nicht jeder nimmt für sich auf das haben ja schon durch die tonprobleme in der vergangenheit hatten haben die leute mitbekommen wir machen das richtig unprofessionell das gut so sind wir und geblasen mund geklöppelt wie war das hand geblasen mund gedöppelt egal wie auch immer egal es ist wieder spät ich bin wieder müde oder wir sind beide wahrscheinlich müde sind bei wahrscheinlich ja geht geht für mich von denen hat es gehagelt okay es hat gehagelt das ist wahrscheinlich das umwetter auf das ich jetzt erwarte das ist nicht lange und dann war draußen alles so schön feucht dann kam wieder die hitze die ja vorher schon der fall war weil heute war es ja wirklich boah hast du gedacht übel es langt dann auch und und dann war es so richtig so hier aufguss weißt der saunameister hat gerade noch mal das handtuch gewirbelt wirklich boah ihr habt zum glück konsequent durchgezogen ich hasse es ja ich habe eigentlich immer fenster auf um frische luft zu haben aber wenn es so richtig heiß ist kannst du kannst ja knicken dann ist die buhle ja sofort stinkend warm ja und ich habe nur so ein fenster geguckt das war noch während der arbeit und draußen macht so das hat weiß ja so richtig die hagelkörner ist hier einschlagen heute irgendwo offen war nicht groß oder war also überdurchschnittlich oder oder es waren jetzt nicht so mini dinge schon das hast du gut gehört also wir haben hier so ein vom fenster habe ich hier so ein so ein metall abdeckung von einem öltank also da geht praktisch von seinem haus also in dem wir wohnen geht da praktisch da ist der öltank drunter ja dann da wird der betankt sozusagen und da auf diesem blech ist praktisch der hagel dann eingeschlagen das natürlich entsprechende akustik hat ja also nicht so groß dass es autoschäden gegeben hätte aber auf jeden fall so dass es gut hörbar war ist krass weißt du vorher schwitzt sie dann ab dann kommt der hagel runter ich meine das jetzt nichts ungewöhnliches und hat meines sagts auch nichts krasses phänomen finde ich ja grundsätzlich aber das gab es ja schon als ich kämpfe damit ist also muss da oben so kalt sein ich glaube das hat was mit den und temperaturschehen zu tun dass das irgendwie auf irgendwie so was in der art ich bin kein verdunstungskälte einfach mal ein paar schlagwörter getroppt wird schon gehen einfach mal rein stratosphäre und john nimmt man so weißt du ellipsen nimmt man sich den phänomen jetzt sind wir experten im internet ist ja sowieso jeder experte ja weiß wie spiele gespielt werden müssen wir haben wir sind wir sind im internet unter dem podcast und du machst nur so let's plays und stream also wir sind ja sowas von relevant entschuldigung relevant haben wir keine finde ich ja nichts hat relevanz also außer das leben und aber ich finde ich finde natürlich hat es eine gewisse relevanz wenn man über jahre das sagt macht hier so die ganzen kram aber ich merke das immer wieder wenn man so sieht so in dieser landschaft wenn dann irgendwelche namen auf einmal verschwinden und dies stimmt was eine schöne überleitung muss ja wirklich zugeben jetzt nein aber es gibt es ja dass die leute zurückziehen weil es da gab es mal einen fleischhammer der hat in diesem hirnschutz hat das ja geile seven days to die let's plays gemacht schöne zeit oder der hat er auch mit dem schrömer zusammen hat er da auch so eine so eine fernsehserie auf ein wenig gestellt ja vermisst du das oder hast du dich an ich habe mich gestern oder vorgestern habe ich mich gefragt ob du das wirklich real vermisst oder ob es eher so ein ding ist naja diese zeit mit familie und und sohn und frauen und was du halt so in deiner freizeit jetzt eher machst du das ja du schon wahrscheinlich wird sich ja schon mal nicht mehr zeit in diese sachen zu investieren das ist mir bewusst aber ist nicht eher so dass man sich daran gewöhnt weil ich ich merke das so ich möchte spiele kaiser ist ja völlig offline eigentlich da zockt der nur noch für sich nur noch für dich eigentlich oder ja eigentlich nur für dich und ich habe dann überlegt ob nach alter zeit nee das schon klar also dass man nein ich meinte jetzt nur nicht in einem stream oder das meine ich alles gut ich verstehe schon wie du meinst das zocken wird mir nie aufgeben also es war es war es war so schön das war das war halt auch ein anderes zocken mit chat mit mitspieler und mit diesem hintergrund des aufnehmens beziehungsweise veröffentlichen das auch eine andere art aufzunehmen und hatte sicherlich auch negative aber hat auch viele positive seiten ihr habt also die was auch einfach spaß macht mit der stellenweise mit diese diese kommunikation mit dem mit mit dir in dem fall oder mit dem chat weil ich geile erfahrung sondern verstehe ich ja also von daher schon klar vermisst vermisse ich schon ja das hätte ja auch sein können dass du sagst nee ich habe mich jetzt so dran gewöhnt weißt du was ich meine also hast du nö das wird jetzt ja ich habe mir natürlich dran gewöhnt das nein ich sei dank findet ja auch nicht statt es kann ja genau das meine ich ja also das könnte ja auch sein dass du einfach sagst ich habe das jetzt so lange nicht gehabt und im effekt habe ich mich damit abgefunden in dem sinne dass ich das nicht mehr machen möchte habe ich nicht abgefunden habe ich mich noch nicht willst du dich abfinden also ich meine es völlig ernst ich bin ja weil ich habe so ich habe es von hin so überlegt was ich bin das war auch so ein gedanke den ich von hatte da habe ich mich hingelegt nach der arbeit weil ich hatte bis so um halb vier ungefähr gearbeitet und dachte dann also ich wollte mich hinlegen ich habe nicht wirklich gepennt und habe dann gesagt wie geil ich kann mich nach der arbeit hinlegen ich habe jetzt frei also jetzt erst mal so reflektiert weil ich das halt selten habe es ist einmal die woche wenn es hochkommt wenn überhaupt habe ich ja moment wo ich mich ins bett läge und schlaf nachholen kann oder solche sachen also es ist kein kein beklagen oder sowas sondern ich mache das ja selber ich bin ja selbstbestimmt und kann das ja anders ich könnte es ja anders gestalten ich könnte jetzt auch nach der arbeit dann aufstehen und riesen fahrradtour machen wobei bei der hitze hätte jetzt überhaupt keinen bock gehabt also ausreden finde ich immer genau ja definitiv nicht verlegen und diesen luxus zu haben sein leben so gestalten zu können wie ich das habe ohne kinder ohne ohne für großartige verpflichtung das stimmt also das musst du wirklich auch so als sowas sehen es ist anders und es ist nicht jedem seins und nicht jedem jedermanns sache sozusagen aber ja aber hat trotzdem sehr viel vorteil auch und das ist ja zum beispiel ein riesen vorteil dass du das so einfach sagen kannst du machst du bist da nicht nicht groß natürlich musst du dich mit deiner frau abstimmen ich habe ich habe ich reflektiere das ständig dass ich überlege was hat ist das wirklich so beneidenswert dass was ich habe oder ist es vielleicht auch beneidenswert sich um die familie zu kümmern oder solche sachen also ich weiß halt immer mehr umso älter ich werde und umso meinen mein kopf auch immer seine marken ausgeprägter hat dass ich froh bin dass ich keine kinder habe weil ich bin mein kopf ist ständig in sorge und besser so um andere natürlich dann mit den aufgaben also das ja klar das denke ich auch ich glaube das wie so eine schwangerschaft gleiche sein wenn du jetzt vor zehn jahren ein kind gekriegt ist da jetzt mal ja das meine ich wie bei einer frau sich ja das auch dann ändert dass diese diese beschützer instinkte hochkommen und solche sachen die passieren ja automatisch und mir ist schon klar dass das auch so schwierig so eine erziehung von kindern sein muss dass sich das auch einspielt weil man einfach da was willst du auch anders machen ich glaube halt dass es so ein auch so ein natürlicher instinkt ist weil du kannst es ja nicht großartig ändern also wenn du es änderst bist du meistens also besser dann hast du diese typische situation wie ich jetzt auch groß geworden bin oder so dass sich eltern trennen und was in irgendeiner form irgendwas kaputt machen das ist so so das sind so dinge die mir manchmal durch den kopf gehen ob ich dann was vermisse also wenn du wenn du diesen moment kinder nicht hast mir schon klar und ich würde es auch gern was ja so wissen weitergeben oder so seine ideale weiter treiben und so weiter aber ich weiß ganz genau dass ich in die wie mein vater mir das damals ganz deutlich gesagt hat da war ich auch schon mitte zwanzig vielleicht auch dreißig wo wir uns über eine halte mit kinder und so weiter und sagt nee würde nicht machen weil dann einfach ständige sorge und dieser stress ist einfach riesengroß er hat er zu dir gesagt würde er nicht noch mal machen ja also nicht aus so ich habe dich nicht gewollt also gar nicht also wir waren sehr sehr harmonische und liebevolle familie jeder also fast übertrieben fürsorglich aber er hat auch gesagt auch wenn er weiß dass da was gutes bei rumgekommen ist und alles seine wege geht und keiner jetzt irgendwie irgendwie sonst wie abgerutscht ist in irgendeiner form würde es nicht noch mal machen weil das einfach zu krass war für die angst zu haben wenn überall und ich kann nicht wie gesagt mein kopf mal sicher in einer normalen beziehung schon sorgen aus wenn der partner spät nachts nach hause läuft oder solche dinge oder wenn ich irgendwie was mitkriege dass dem und dem was passiert weißt du so schicksale das wenn ich da kurz aus einen grätschen darf ja klar das ist natürlich war ja also dass dass man es ist mir bei mir aufgefallen dass ich in allem und also in ein wir sind in einer situation eine es ist eine umgebung dort die umgebung hat ecken kantenspitzen die hat die hat splitter die hat scherben die hat zigaretten die hat weißt du so die hat die 100 sachen die ich sofort sehe die sind sofort oder er läuft jack läuft irgendwo lang und ich sehe sofort was das könnte jetzt passieren oder das könnte jetzt passieren ist es ist wie so bei mir im kopf sind wie so scanner die gefahren das mal abprüfen die gefahren prüfen ohne scheiß es ist und es ist und das ist es ist schon richtig nervig ehrlich gesagt ich kann nicht einfach loslassen ich muss den nächsten moment schon haben im kopf weißt du so das ist das ganz oft ein probleme mir so und ja das ist manchmal und das so war ich früher nie niemals der nächste moment der ist der kam der kam nach nach dem jetzt und im jetzt war ich was ja auch gut ist es ist ja eine mischung ist glaube ich das richtige ja ich habe das als kind halt erlebt meine mutter die halt eher party on aufs rock konzert zu ACDC und so ein kram und mein vater keine ahnung keine anderen sachen zusammenhalten im endeffekt habe ich so beides also besser das hat sich dann so abgeschwächt weil die die essenz mama kam dazu mit ihrem wesen und das hat mir diese diese freiheit gegeben nicht nur zu gucken dass das geld stimmt und dass man sicher ist in irgendeiner form besser so also das war für meinen vater ein riesen ding das musste immer alles zwar eine katastrophe ich weiß mal wieder einmal arbeitslos geworden ist da war eine katastrophe für ihn das war so familie versorgen und das kann ich auch verstehen ja das sind so ängste weil du halt noch andere mit auf der auf der auf der liste hast weißt du nicht nur für dich selbst verantwortlich bist und das finde ich und das ist das also umso älter ich werde umso mehr umso ängstlicher werde ich doch irgendwo um solche sachen was also um um menschen die man lieb beschützen zu müssen wollen vielleicht jetzt zu über versorgen oder so ja 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 man muss ich muss mich darauf zurücknehmen mache ich bewusst ja aber ich glaube das passiert ja auch also das passiert ja auch oder dass dazu werden ja eltern dass das verändert ja vieles dass man dann sich halt mit dieser permanenten potenziellen gefahr auseinandersetzt und sagt ich habe das ja bei uns ist jetzt steht ja auch bei uns steht jetzt auch zweites kindern gratulation definitiv nicht bei uns steht aber an dass jack in die schule kommt und das bedeutet dass er sozusagen nicht mehr in die kita geht sondern jetzt mit auch keine ahnung wie alt bis zur sechsten klasse gehen die da in dieser schule wie alt ist man denn elf zwölf zwölf jahre war jetzt mal mit sieben eingeschult ja sage ich jetzt mal genau oder elf ja genau also mit denen hat er jetzt sozusagen täglich zu tun und jetzt ab hier beginnt der ernstes lebens sozusagen und der fängt schon morgens damit an wie kommt der zum bus und wie cool oder beziehungsweise zur schule ne und in unserem fall heißt das der wohl den werde ich zur bushaltestelle bringen warten bis der bus kommt wenn der bus da ist zeigt er ein und dann fährt er in die schule und der fährt der bus fährt direkt zur schule oder muss er direkt zur schule ne muss nicht umsteigen fährt direkt zur schule ja parkt auch vor der tür und wird auch dort abgeholt durch erzieher halt krass also durch lehrer die holen die kinder mittlerweile bei der schule ab das ist geil ja oder ich weiß nicht ob das früher auch so war kann ich mich eigentlich gesagt ja nicht mehr daran erinnern ja und das ist so ein moment jetzt ne also der wird den lassen wir jetzt der ist jetzt nicht mehr im ort wo wir ihn meistens so abgegeben haben und abholen also da ist jetzt sozusagen nicht griffbereit genau und und äh entzieht sich jetzt noch mehr sozusagen unserer äh ja griffbereitschaft sag ich jetzt mal und deswegen kriegt der auch von uns tatsächlich also ähm einfach auch mit den gefahren die es da gibt da draußen kriegt der von uns so ein so ein ne 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 hinters auge hinters auge ne ist äh ja es macht sich auch gut beim lernen haben die gesagt die ärzte und der kann jetzt auch fernseh gucken darüber ne ähm äh die kann gps halt und die ist in seinem rucksack sozusagen und damit kann er uns anrufen und wir können ihn anrufen das ist sozusagen die idee dabei genau wie also ich kann sehen wo er ist und äh er kann mir sagen wenn irgendwas schlimm ist oder wenn irgendwas passiert ist oder wie in meiner welt hätte die kinder direkt einen airtag in den rucksack genäht bekommen und weißt du solche sachen ja gut ist aber doch nichts anderes also oder an der leine führen das habe ich mal habe ich zweimal im leben erlebt ich habe mir überlegt lasse ich mich nochmal einschulen genau ich bin dabei ich begleite ihn ich sitze daneben wer ist denn das das ist mein papa äh mein name ist benny ich bin der neuer ich komme öfters so ich darf es nochmal wiederholen die sechste klasse also manchmal wäre ich schon ganz gerne noch in der schule weil es gibt so viele themen die ich in meiner schulzeit komplett geskippt habe und auch immer schlechte noten hatte und irgendwie würde ich noch mit dem verstand eines erwachsenen diese ganzen sachen lernen wollen also nur aus spaß die jetzt anfällt auch ihm zu erklären dass er das nicht gemütlich macht ja stimmt blablabla völlig vergessen du musst es ja lernen praktisch also bis zu einem gewissen Grad ja gratulation ich muss jetzt wissen wie kriege ich den dazu also wie mache ich es einfach besser als es bei mir passiert ist sozusagen das ist ja die große Frage da wäre jetzt glaube ich das einzige Game was ich im Spiel würde was ich äh wie heißt es Minmaxen würde oder wie nennt man das nennt man so ne Minmax genau das ist jetzt das neue Game was jetzt ansteht die nächsten paar Jahre das Game Relive das ist hier Name Check 1.0 genau naja jetzt eigentlich 2.9 weil es ist sozusagen der zweite Teil Schule ey ich poche so auf ey ich hoffe so dass wir irgendwann also dass wir noch alt werden gemeinsam die viele Jahre und uns gut verstehen und dass man irgendwann mal zusammen zockt mit ihm da auf den Momenten ey so das liegt auch gar nicht weißt du so weit in der Ferne liegt das auch gar nicht mehr das ist ja nicht mal so ist das ja noch nicht mal also wie wir hier mittlerweile heute war wieder Zocktag also mittlerweile hat sich so eingebürgert dass wir wir machen Pause zwischendurch weißt du wenn wir wenn wir wenn wir zocken dann gucken wir kein Fernsehen in keiner Weise sozusagen ich würde Fernsehen komplett streichen also ja das ist ja er guckt ja kein Fernsehen er guckt ja YouTube ey ist schon klar nee nee ich meine jetzt die Zeit am Bildschirm also so ja teilnahmslos vom Gerät hocken klar kann man auch was lernen wenn da was da irgendwas ach du meinst wegen der Interaktion und so richtig genau ja nein nein das ist wie so leer der guckt sich Minecraft Videos an und immer irgendwie so wie baue ich was und und weißt du irgendwie das ist schon eher so ein Fressen von von Informationen und man merkt das auch in seinem in seinem Bauen selber ich lasse ihn ja auch wirklich machen einfach da kann ja nichts passieren mach mal das mach mal das nee kann ja nichts passieren und er liebt es auch im Kreativ zu spielen und Dinge zu probieren genau Dinge zu probieren Blöcke und hübsche Blöcke und dann hat er tatsächlich ey das ist wirklich das wenn ich mir jetzt drüber nachdenke pass auf der hat in seiner aktuellen Kreativwelt da waren wir heute hat er mir gezeigt heute in seiner Welt hat er aus Nether Ziegelblöcken äh hat er ein recht großes viereckiges also so ein Quader gebaut an je an allen vier Wänden war Glas richtig viel Glas sodass man da reingucken konnte unten stand äh nur ein Bett und äh und irgendwie und an den Decken das war richtig cool gemacht in jeder Ecke ein Lichtblock und in der Mitte vier also so zweimal zwei genau mittig weißt du also das ist für mich ist das so das ist krass so und dann hat er entdeckt heute dass man wir spielen ja in der Bad Rock Version und in der Bad Rock Version gibt es halt Bad Rock Bad Rock ist halt die Grenze nach unten hin fürs Spiel und die kann man natürlich im Kreativ benutzen und dann hat er sich jetzt ein unsterstörbares Haus gebaut und hat er jetzt hier einen Block aus dem Kreativmodus geholt ja genau so das ist also mittlerweile und wie schnell er auch mit dem Tablet mittlerweile ist das ist auch krass ja das finde ich beneidenswert weil ich finde gerade so was gerade mit dem Controller gut zurecht zu kommen ist viel entspannter zu zocken weil die Hände vorne gerade sind nicht in irgendeiner komischen unnatürlichen Haltung weißt du wie wenn du in der Maus in der Tastatur bist ja 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 das finde ich schon grundsätzlich finde ich das angenehmer mal gucken wie lange das so gehen kann oder ob wir das irgendwie irgendwann mal anders machen weiß ich noch nicht ja wie gesagt mein Angebot steht immer noch wenn ich meinen Rechner upgrade irgendwann Ende des Jahres Anfang nächsten Jahres dann rutscht ein Rechner sozusagen durch und das wäre der ideale Start PC ja krass da ist irgendwie so eine 1080 drin und von Wodan liebe Grüße an dieser Stelle Wodan die hat er mal irgendwann weiter geschenkt als er sich was Neues geholt hat dann hat meine Frau die geerbt weil die nur eine alte also war auch nie schlecht war ja immer meine Karten aber eine 7 in der Serie Nvidia Wodan hat damals seine 1080 spendiert oder 89 kann auch 89 gewesen sein bin ich mir gerade unsicher ja die werkelt gut die läuft mit einem alten AMD ist mein alter Stream PC bei ihr so der Rechner läuft da ist so eine Dampfmaschine nebenan ja cool sehr cool ich finde das schön weil ich finde meine Kindheit war halt Lego und so weiter und ich habe das geliebt irgendwelche Burgen mit Geheimtklappen und Fallen weißt du also wo irgendwo eine Klappe ist wo was durch dann haben wir mit Playmobil-Bändchen haben wir praktisch Burgen also wir haben Burgen aus Lego gebaut und mit Playmobil-Bändchen drin gespielt und dann haben wir wie so so Fallen Fallgruben und so weiter haben wir gebastelt mein Bruder und ich und wir hatten noch so hatte ich glaube schon mal erzählt diese Holzstücke die einfach so abgeschliffen und lackiert wurden so ganz naturbelassen und daraus haben wir so Burgen mit Mischung mit Lego gebaut und dann und das ist halt praktisch jetzt heutzutage ist es halt eine Minecraft-Welt finde ich schon krass das stimmt ja mit dem Zusammenhang ich habe mit der Mario auch liebe Grüße an dieser Stelle haben wir letztens abends haben wir Minecraft gezockt ach Quatsch haben wir mal dieses Distant Horizon wie es heißt Modpack rausgesucht was hübsch aussieht und es hat so alles drin mit nur verbesserten Tönen und du hast irgendwie der Körper in Minecraft da hängt nicht die ganze Zeit so eine Schaufel dir im Gesicht oder was du für ein Werkzeug in der Hand hast ja sondern der Körper ist wie ein Körper also du siehst das Werk sich nur wenn du schlägst oder wenn du nach unten guckst Richtung Arm verstehst du was ich meine also der Körper dreht sich natürlich ja in dem Minecraft in original Minecraft hast du glaube ich nicht mal Füße ne schon weil du siehst ja von außen also es gibt ja schon ein Spielermodell aber die haben nicht die Bewegung nicht wenn du in der Innen also wenn du in der First Person bist und nach unten guckst siehst du keine Füße ja das stimmt das siehst du weil du deswegen ist es schon ein cooler weil die Kamera muss glaube ich irgendwie der Brust setzen also die Brust höher die darf nicht auf den Kopf setzen weil sonst wird es zu hoch und solche Dinge egal zu technisch auf jeden Fall haben wir ein Modpack ausprobiert wo dieses Distant Horizon und entsprechend dieser Bliss Shader heißt der drin ist damit es halt so ultra krass aussieht ey das sieht das sieht so ja ist wirklich krass durch dieses Distant Horizon hast du so diese Weitsicht das macht so einen Unterschied in Minecraft anstatt dass es immerhin so ein Nebelhorizont ist und dann mit diesen Beleuchtungsdingern dann wenn du im also wenn du ins Wasser springst und bist so knapp unter der Wasseroberfläche und dann kommen die Sonnenstrahlen durch die Wasseroberfläche so rein und das sieht so echt aus also wie wie halt in Wirklichkeit wenn krasse Sonne durchs Wasser ballert siehst so diese Strahlen dann siehst du die Tintenfischis und den ganzen Kram da rumschwimmen es ist einfach es ist einfach so aber jetzt einfach nur visuell gut ich meine im Endeffekt hast du Minecraft mit ein paar Annehmigkeiten einfach nicht cool ja ja cool ich finde es schön ich meine da lernt man doch was wenn man wenn man so kreative Sachen macht also das finde ich schon echt gut warte mal wenn er mit Space Engineers abgeht Space Engineers 2 wahrscheinlich dann wenn es mal so weit ist ja wenn es dann irgendwann so weit ist obwohl hier tagt der die muss ja die haben schon die zeigen schon viel also ich denke mal spätestens nächstes Jahr wird das rauskommen du hast ja geil ich hab Bock drauf bin ich mal gespannt wie sie das vor allem dass es halt auch noch ein bisschen krasser wird das wäre gut ja Flugsimulator 2 nee wie heißt das nicht 2 2025 heißt der glaube ich der Microsoft Flight Simulator ist angekündigt jetzt haben sie richtig Missionen drin nicht nur irgendwie auf einer Landebahn landen sondern was ich mit dem Helikopter eine Bergung durchführen oder irgendwelche Sachen transportieren und solche Sachen oder irgendwo nach Afrika fliegen und ein Bild vom Elefanten machen so habe ich es zumindest verstanden so ganz grob dass es halt so Aufgaben gibt die man halt wahrnimmt die halt über das nur von A nach B fliegen hinausgehen mhm okay das klingt erstmal gut Rettungsaktion ist natürlich cool mit einem Helikopterflugzeug ja also wenn das wirklich so drin ist da bin ich dabei so so Löschen von Waldbrennen oh ja genau das wäre cool mit so einem Löschen zurück erst Wasser aufnehmen an einem See oder 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 irgendwie in Busch Nahrungsmittel bringen oder oder Medizin oder so da gibt es doch so einen YouTube Kanal der der Buschpilot nennt der sich glaube ich den haben wir auch lange nicht mehr gesehen diesen Kanal ich habe mit Sicherheit abonniert ich weiß gar nicht ob der noch was macht ich auch definitiv aber ja stimmt ich habe den auch mal wirklich ein paar Mal als Vorschlag hatte ich den schon noch drin egal auf jeden Fall sowas wäre krass ja ja aber das ist ja ja also landen und aussteigen wären wir ja schon bei GTA denn ja ne das glaube ich jetzt nicht du wirst die ganze Zeit im Flugzeug sein aber dass du halt irgendwelche Sachen machst wo du halt keine Ahnung einen Stahlträger transportieren musst vielleicht einen Teil von einem von einem Windkraftwerk weißt du einen Rotor oder so das wäre geil so da hätte ich irgendwie Bock drauf ja 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 und dann genau Windräder aufbauen oder stimmt einfach nur transportieren oder Bergrettung oder sowas in der Art in den Alpen ja mal gucken ich glaube nicht dass es so tiefgehend ist ich weiß es nicht aber auf jeden Fall kommt eine neue Version die halt noch ein bisschen über das A nach B fliegen hinaus geht auf jeden Fall wäre das so ein Ding wo ich mal echt wieder Bock hätte das Flugsimulator ich kann mich noch erinnern wir sind ja mit der welche ist das 22 20 egal der letzte Microsoft Flight Simulator rauskam haben wir ja mal eine Zeit lang gespielt sogar mehrfach hintereinander kann ich mich erinnern du hast ja noch einen Joystick und so ja und das Gefühl zu fliegen in dieser Welt die Welt sich anzugucken das war schon irgendwie irre also das fand ich schon geil so in irgendwo in Marokko da weißt du so mit VR Pyramiden angucken ja das ist natürlich der nächste Step du brauchst halt sehr viel sehr viel Leistung also das Spiel muss schon muss schon sehr sehr gut laufen also du musst schon 90 bis 100 FPS bringen konstant und vor allem auch konstant damit du es auf VR spielen kannst ohne dass dir kurz übel wird weil die Bewegung dann ja ja klar ja toi 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 dass Jack das alles mitbekommen das ist doch richtig geil ich meine die Zukunft ist da und wie sich das alles entwickelt jetzt so mit KI und Konsorten finde ich irgendwie cool ich habe ein Video heute gesehen vom Changeman ist dieser Regisseur der hat ein Video gemacht dass er der macht immer so Selbstexperimente also ich ich bin zwei Wochen um 5 Uhr aufgestanden oder keine Ahnung und jetzt hat er gemacht ich lasse zwei Wochen mein Leben durch KI bestimmen hat sich JetGPT4 oder wie es heißt geholt kann ja jeder sich runterladen als App und hat sein Leben durch die KI steuern lassen hat Entscheidungen die KI treffen lassen und so weiter fand ich ganz spannend ich finde er hat es auch sehr schön dargelegt wie inwieweit da eine Gefahr ist und wo gefahren sind und sehr neutral und der positive Effekt aus seinem Selbstexperiment der hat irgendwie ich weiß nicht ob das KI gesagt hat irgendwas aber er hat auf jeden Fall seine was war denn das waren das Versicherungen oder irgend sowas also Finanzsachen ich weiß jetzt nicht hat er durch die KI überprüfen lassen und die hat gesagt die Anzahlung von dem ist ja viel zu hoch da müsstest du mal gucken das kannst du da kündigen blablabla also er hat jetzt nicht die nächste Versicherung empfohlen war jetzt kein Sponsored Video aber er hat Sachen aufgezeigt in Vertragssachen die zu hoch sind wo er zu hohe Raten zahlt und dann hat er gesagt okay hat sich zwei unabhängige Finanzberater genommen um das gegenchecken zu lassen um das beurteilen lassen zu können und die haben beide gesagt ja absolut recht die müssen kündigen die müssen kündigen da können sie ein bisschen weniger zahlen und so weiter krass also das war jetzt nur ein Beispiel du sollst auch keine Werbung von JGBT für irgendwelche ne aber da sehe ich auch die Vorteile in alles was so Business angeht was Geld angeht was Zahlen angeht einfach da kann die KI was menschlich sein angeht nicht da kann die uns ja gar nicht da wird es schwierig da wird es auch du solltest das und das tun er hat auch noch im Experiment gesagt gerade wenn die KI zu stark gemenschelt hat hat ihn das eigentlich eher dazu hat er keinen Bock gehabt das Ding hat er abgeschaltet weißt du und hätte sich dadurch eher nicht bestimmen lassen und so sehe ich das ja auch man muss jetzt ich weiß nicht ich muss jetzt meine Finanzen nicht checken lassen wobei wenn es dazu führt dass das Ding sagt du zahlst hier zu viel aber ich bin eh so ein Mensch der lässt sich nicht ich habe kaum Versicherung nur das Notwendigste weil ich immer denke also sowas wie eine Vollkasko das finde ich zum Beispiel wichtig weil im Straßenverkehr wenn du mein Auto irgendwo gegenballerst selbst wenn du ein altes Auto hast sind diese Selbstbeteiligungen die du für so eine Vollkasko zahlst meines Erachtens immer noch heutzutage ist alles so teuer immer noch das Geld wert dass du da ich weiß nicht was hat man da 700 Euro selbst also kann man glaube ich ja frei bestimmen was man selbst beteilt das ist schon krass weil zumeist oder 300 das Ding ja nicht immer im Arsch ja 300 300 glaube ich ist so ein Standard 150 bei Terry Grasco auf jeden Fall heutzutage muss ja nur mal gegen Kotflügel oder was kommen da bist du ja ein Tausender los eben eben das ist der Punkt von daher finde ich lohnt sich das immer wie kommt es jetzt wegen Versicherung weil es hat prüfen lassen blablabla egal ja da flog ich so im Raum du bist ja auch abgedriftet immer ja krass The Change Man auch ne also ja geil ja aber so ein so ein riesengroßes Oha die KI ist schon ziemlich in unserem Leben so drin also so vom Thema her das ist nicht ja kein Erschrecken mehr da ich fand ein schönes Beispiel dass er gesagt hat wir haben ja das schon sehr sehr lange das hat ja auch was mit einfach schneller Analyse zu tun das muss ja nicht mehr was von Intelligenz unbedingt sein aber die sämtlichen Algorithmen die wir bei unseren Streaming Anbietern nutzen die uns dann nämlich Inhalte vorschlagen das ist ja nichts anderes oder ob es YouTube ob es irgendwas ist das ist ja nichts anderes das analysiert das was du normalerweise guckst versuch dann von Schlagwörtern von Einschätzungen das dir vorzuschlagen ja und so in der Art ist es ja dann auch und es sind halt auch viele Sachen die halt es muss halt immer hinterfragt werden aber das ich finde ich zähle jetzt dieses KI oder Intelligenz alles zu diesem Medienkompetenz Thema was er tut und ich denke du solltest alles grundsätzlich hinterfragen egal was dir einer erzählt welche welche Versprechungen du hier gemacht werden bei irgendwas oder ja hier wird geknutscht Tschüss Basti sagt sie Tschüss Ich liebe dich die Nacht Meinst du jetzt was was ähm ja das ist halt das man immer hinterfragen sollte und ich glaube das ist ja alles was man verwendet sollte man nicht einfach blind vertrauen nee definitiv ich weiß auch nicht ob ich persönlich auf die Idee gekommen wäre meine finanzielle Situation durch so eine KI zu jagen äh ich schon aus Interesse ja ja klar du kannst ja ohne Daten arbeiten du kannst ja keine ja 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 genau ist ja unerheblich wie du heißt da wo du wohnst ich habe ChatGPG letztens benutzt um mir in Excel was zu erklären ja ich denke für so Formeln rauszufinden und sowas ja da bin ich das ja bist du gut drin in Excel nee überhaupt nicht gar nicht habe ich nichts mit zu tun ja das habe ich ja schon irgendwie jetzt mehrere Firmen hintereinander als Haupt Arbeitsfläche sozusagen mein Excel Wissen endet da dass ich weiß ich kann einen Autofilter drauflegen auf eine Spalte um mir was aus dieser Reihe zu filtern und ich kann wenn ich irgendwie die eine Tabelle mit der anderen kann ich irgendwie multiplizieren oder sowas es ist wirklich was ich bin ja sonst nerdig aber das ist so alles habe ich nie genutzt in meinem Leben großartig also sicher hat man eine Excel Tabelle genommen und irgendwas aufzulisten aber ich habe mein neuestes Projekt ist ich will eine API in der in der Excel Tabelle einfügen sodass ich mit Start und Zieladresse sofort ein über Google eine Kilometeranzahl kriege automatisiert sozusagen dass der berechnet wie die Route wirklich ist ja und dann mir die Zahl ausspuckt geht aber das so das ist deine Hürde zuerst gibt es irgendwelche Software die schon fertig geschrieben ist gibt es auch mit Sicherheit kostet halt Geld so naja egal so ist es Excel schön schönes Excel schönes Thema genau schönes Thema kann man wirklich bringen was haben wir was haben wir heute geredet über Excel vielleicht müssen wir auch ein bisschen auflockern jetzt vom Themen Papri her wir gehen in die Games es ist es ist soweit ja der Tag der Tage der Tag der Tage niemand hätte es gedacht 10 Jahre hat die Games da gesagt 10 Jahre hat es einen Early Access es hat auch keiner das macht doch wer macht sowas auch viele viele also es gibt schon ein paar Spiele ja es gibt es gibt es gibt wenige die vielleicht ganz so lang sind aber es gibt schon einige Titel die dann und das ist ja auch Unity Engine die hat sich ja wahrscheinlich selber ich habe ich muss sagen ich habe jetzt wir sind bei 7 Days meine Damen und Herren 7 Days ist jetzt 1.0 rausgekommen so also ich 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 habe mich selbst also in den letzten Tagen nachdem ich die ersten drei Folgen ich habe ich habe es am ich habe mich drei Folgen aufgenommen habe ich aufgenommen am Montag habe ich aufgenommen das war der offizielle Release wo es für alle rauskam die Experimental ist ja immer noch die experimentelle Version und wir haben jetzt ungefähr noch einen Monat bis zum Release also heute ist der 27.6. am 25.7. kommt es dann für den PC Final raus und dann ist es wirklich die 1.0 und Preis wird angehoben etc. ich habe für mich selber belegt dass ich in dem Moment wo ich auch in den Aufnahmen gesagt habe was ich alles nicht mag und blablabla so und dieses 1.0 Release belächelt habe habe ich gesagt ich bin ja in dem Moment genau das gleiche wie die Leute die in den vergangenen Jahren gesagt haben immer noch Alpha weißt du so also ich mache ja nichts anderes und über die habe ich mich aufgeregt stimmt weißt du also das deswegen habe ich mir halt gedacht ja ich habe es jetzt ich bin jetzt mittlerweile so weit dass ich es halt als Alpha 22 sagen wir mal sehe oder egal es muss nicht 1.0 natürlich kann auch 1.0 dran stehen aber für mein inneres das ist die finale Version finde ich es halt schade und da kann mir also bin ich der Überzeugung dass es nicht so viel verlangt sein könnte dass man so als Goodie ein schickes Interface gerade auch jetzt mit der Konsolenrelease hätte reinbringen können man was anderes außer Excel-Tabellen grau ja stimmt und was anderes ist es nicht und ziemlich einfarbige Balken die sehr unkreativ da reingebracht sind also da hätte man und das und das finde ich ist das ist das Minimum was mein persönlicher Anspruch wäre wenn ich eine 1.0 release das hat bestimmt keine Relevanz grundsätzlich für das Spiel und ich finde dass die Funpims trotz alledem gerade in den letzten Alphas immer wieder Details kleine Details geändert haben die gar nicht so schlecht sind und das ist in der Version jetzt mit den Charaktermodellen die sehen viel zu schick aus und viel zu detailliert für meinen Geschmack für den Spiel die sind jetzt wieder das Problem das ist nicht nicht balanced die sehen echter aus also die die Händlerfiguren die haben es ja gleich gelassen ich habe vor Jen gestanden habe Jen verglichen mit dem Look der jetzt für die Spieler möglich ist wie die aussehen und da sieht Jen jetzt alt aus oder was ich meine also technisch nicht so weit oder nicht so detailliert wie jetzt die aktuellen Figuren weil die aktuellen Figuren sehen aus wie keine Ahnung aus aus Star Citizen teilweise so aus dem Charakter ne nicht ganz aber hat schon sehr hoch hochglanzpoliert leider ein bisschen wenig Möglichkeiten du kannst keine lila Haare mehr machen und so weiter also so ein bisschen bekloppte Sachen kannst du rote Haut noch machen ne gar nicht du kannst nur zwischen so Grundfarben ausfüllen das ist alles sehr ich glaube es liegt einfach an der Konsolenversion dass sie einigermaßen seriöse Version da abliefern wollten also nach meinem Wissenstand heute ist es so dass die Funframes sowieso das für den PC auch nur 1.0 genannt haben weil sie den Konsolenrelease gleichzeitig wollten und Sony sagt wir machen hier keine Betas keine genau das machen die ja gar nicht richtig und deswegen ist es 1.0 damit es halt mit der Konsolen PC-Version alles identisch ist und ab da wird es halt weiterentwickelt und dann kommt der Rest mit rein ich finde es trotzdem schade ich finde 1.0 hätte so ein Schlüppchen drum gehört das ist so dieses die Charaktermodelle sind ja schon mal ganz nett aber ich finde ein Interface macht so viel aus das hast du permanent im Blick das richtig das macht so viel aus deswegen wünschen wir uns das also dass das da das ist ja noch gleich ein ganz anderes Spiel ja finde ich wenn das Interface stimmt und das muss ja auch nichts Aufwendiges sein das kann ja wie Soulmask ist ein schönes Beispiel Soulmask ist sehr einfach gehalten nichts Aufregendes nichts und dann kannst du noch mit F8 F8 bis F11 kannst du noch die alle Elemente einzeln an und ausschalten also inventartechnisch überhaupt da kommt jetzt in nächster Zeit glaube ich also das ist gerade Nonplusultra finde ich Soulmask ja ein paar Hotkeys lernen hast du ja noch nicht mal lernen das ist auch intuitiv mit Q dieses verteilen so dieses rüberschieben mit Q oder das ist echt super so viele Sachen drin ja und das wäre sowas gewesen das wäre für 7 Days auch nochmal echt echt ein Level nach oben die haben Sachen verbessert die haben zum Beispiel ein Hotkey reingemacht mit der Maustaste Maustaste 4 ist es standardmäßig kannst du jetzt zwischen den zwei zuletzt verwendenden Werkzeugen wechseln finde ich super gut cool weißt du so dass du wenn du irgendwie deine Shotgun in der Hand hast und eine eine Spitzhacke hast und bist am meinen und dass du schnell wenn der Zombie hinter dir steht weißt du die neue Shotgun finde ich sieht richtig geil habe ich noch nicht gesehen so weit war ich noch nicht ich habe nur das neue Fahrrad habe ich jetzt gefahren das ist auch richtig cool das ist so ein richtig Survival Bike da hängen ein paar Schlappen dran ein Becherchen da an der Seite so das sieht richtig also sie sehen schön aus finde ich gut also finde ich wirklich gut aber ich finde das sieht alles jetzt sehr sehr modern aus zu dem Rest des Spiels also jetzt nicht extrem unterschiedlich oder jetzt auch nicht negativ aber es ist halt ja es ist halt immer noch eine Alpha oder es ist immer noch in der Entwicklung für mich und das ist nicht dieses Finale so was man ja aber ansonsten es fühlt sich flüssiger an finde ich obwohl die FPS genauso in den Keller gehen wenn du in die Stadt gehst das ist nach wie vor aber insgesamt finde ich das Gameplay wesentlich also du hast weniger diese extremen Stockerer okay das ist auch cool also weißt du diese komischen Mikro die Sam Läser immer hatte schon immer hat es schon mal gehabt aber das war die neuen Animationen die Gore Animationen die Zombies sprühen sie als hättest eine Cola-Dose geschüttelt und aufgerissen ist wirklich so das ist total übertrieben ich weiß auch nicht was das soll heute schrieb jemand ja ist ja voll realistisch wenn dann in wenn der Zombie von innen verwest dass da ein Überdruck steht ja ja genau und da kommt dann auch nur Blut raus wenn jemand von innen verwest kann es davon ausgehen dass da ganz andere Scheiße rauskommt egal aber es geht ja auch nicht darum sondern es geht einfach du Zombie ich bin mit dem Messer unterwegs weil es einfach spielt sich einfach geil mit dem Messer gerade am Anfang also später kannst du knicken mit dem Messer aber und da geht es halt wirklich zack 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 und das was früher sporadisch war ist jetzt so häufig dass die nur am sprühen sind da und das sprüht halt gefühlt acht Sekunden würde ich mal sagen und dann ist alles voll mit Blut meinst du ne ne das nicht das verschwindet das ist nur aber es sprüht trotzdem raus aber viel zu lang also viel zu lang macht wirklich und klingt wie als hättest du wie gesagt eine Cola-Dose hart geschüttelt und oben aufgerissen so also völlig völlig übertrieben ich verstehe es nicht also was ja du siehst jetzt dass Zombies bluten also die tropfen dann auf dem Boden du siehst den Bluteneffekt vom Messer was du ja früher nur gemerkt hast dass die dann runtergetickt sind weißt also du wusstest ach so ja cool du weißt jetzt auch visuell wann die bluten ja genau die bluten zwar alle aus dem Schritt egal wo du ihn triffst aber das ist ein bisschen komisch das läuft halt alles da zusammen es ist halt wieder typisch Funpims das ist wirklich der nächste Schritt fällt ja okay und das Gewitter das kam mir positiv cool vor im Vergleich zu das war doch war das nicht auch noch schon cool wo wir das noch gespielt haben wo wir das ich meine im letzten Alpha auch schon ich meine da war es auch schon nicht so schlecht also es gab manche Überraschungen so ich bin eigentlich ganz zufrieden auch wenn ich halt festgestellt habe so wie ich es spiele dass ich halt ohne Horde spiele dann sind natürlich auch ist es so ein bisschen monotoner weil man natürlich diese Quests abfeiert also weißt du man geht ja von Haus zu Haus und versucht da irgendwie ein bisschen entweder eine Fetch-Quest oder eine Clear-Quest oder eine Kombination aus Fetch und Clear-Quest ja viel mehr gab es ja eigentlich genau die haben Sachen eingebaut wie du kannst Schlüssel finden wo du dann das und das aufmachen kannst du hast so früher konntest du ja nur oder Alpha davor konntest du ja nur bis Level 5 craften also jede Waffe oder jede Rüstung konntest du bis Level 5 craften und Level 6 musstest du finden und jetzt findest du epische Bauteile für Waffen für was weiß ich und mit denen kannst du dann auch Level 6 craften ab einem gewissen Punkt aha klingt für mich als gäbe es das schon mal in der Mod ja hundertprozentig wird das schon in irgendeiner Art schon mal umgesetzt aber ist eine coole Mechanik finde ich gut ja ja du kannst halt stärkere Rüstung machen und die Rüstung sehen auch echt gut aus gerade in Verbindung mit den neuen Charaktermodellen du hast immer so ein Grundoutfit was zusammenpasst und ich hab jetzt den Preacherhut gefunden hast du so eine runde gelbe verspiegelte Sonnenbrille und so ein so ein so ein Preacherhut also so ein wie so ein Westernhut weißt du so ein bisschen ja ich weiß nicht genau wie man die nennt das sah richtig gut aus also die die Figuren sehen also insgesamt das ganze Modell ist echt gut gelungen auch die Fahrräder sehen cool aus der neue Jeep und alles haben sie alles auch erweiterbar dass das Fahrrad erweitern damit du mehr Inventarplatz hast da machst du Satteltaschen dran dann hast du da ich denke dass da die Modder auch gut aufspringen werden weißt du mit selber eigenen Mods die man vielleicht auf das Fahrrad basteln kann oder auf das Auto trotzdem finde ich ist immer viel Potenzial verschenkt ich würde mir echt wünschen dass man halt auch mal in der Apokalypse einen Hühnerstall baut oder so ein bisschen so dieses ich möchte überleben über längere Zeit ich möchte was anmauen Tiere halten solche Dinge das würde ich mir wünschen dass das irgendwie noch intensiver reinkommen würde bin so ein bisschen zwiegespalten ich bin mittlerweile habe ich meine Meinung da doch schon geändert aber du findest es nicht mehr ganz so schlimm ja das ist ja es bringt ja auch niemand etwas wenn ich hier sage das ist scheiße sondern man muss ja dann gucken ist das Spiel für sich gut und Seven Days war und ist gut aber nach hunderten von Stunden weiß man natürlich auch was man bekommt ja ich fühle mich auch des öfteren schlecht wenn ich schlecht darüber rede und nichts Gutes dran finde obwohl ich tausend und Spiele Stunden drin habe halt also es muss ja gut genug sein dass ich das spiele und dann ist es eigentlich auch unfair zu sagen oh nee aber ich glaube eher dass wir uns darüber aufregen über die Art und Weise der 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 Devs und genau die Entscheidungen die getroffen werden und was als wichtig oder unwichtig empfinden und das macht es wahrscheinlich so das tut uns eher weh ja Seven Days hatte halt schon immer so gute Entscheidungen also Farming rausgenommen am Anfang gab es ja noch Erde und Lehm den du finden musstest und so das fand ich irgendwie spannender weil man dann halt um eine Forge zu bauen musstest du halt Leben finden da musst du Stellen in der Umgebung finden wo man halt Leben findet das macht das Spiel auch spannender und interessanter finde ich ja so ein bisschen mehr Detailreichtum ich finde halt Seven Days ist immer mehr zu diesem so ein Casual Survival war es ja schon immer irgendwie ich weiß nicht irgendwie reizt mich das ja nicht also und mich reizt auch null und es schon lange nicht mehr irgendwie eine Horde zu überleben und wie krass welche krassen Horde kann ich das ist einfach das ist vorbei weißt du so das habe ich zu oft gemacht und diese am Ende jedes Let's Plays war bei uns ja damals schon eigentlich nur Eskalation Unmengen von Spikes und Munition Munition und oder cheesy Taktiken und ich finde cheesy Taktiken nicht geil und wenn du keine Chance hast legitim irgendwie so eine Horde zu überleben ab einem gewissen Punkt dann ist dann dann hat sich das glaube ich jemand sehr einfach gemacht also damit meine ich das Balancing sozusagen weil diese Demolisher die ja dann zum Schluss kommen die dann auch noch oder nicht zum Schluss die ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch kommen also da kommt ja dann nichts mehr irgendwie was und dann ist es ja wirklich nur noch ein Material Schlacht und die die reißen halt auch extreme Löcher und so ja ja aber dieses diese Art zu spielen Horden abzuwehren finde ich super finde ich nicht spannend es gibt ja auch von Seven Days kommt ja dieses Blood Moon raus dieser separate Horde Modus wenn es nur darum geht ist was anderes ne ich finde also wenn es der Spielmodus ist dann ist es ja cool und dann hast du dich ja bewusst dafür entschieden genau wenn du nur ein Horde Modus hättest also wo es darum geht aus gewissen Materialien möglichst gute Abwehrmaßnahmen gegen Zombie Horden oder noch stärker werdende Wellen zu zu machen dann sehe ich das so ein aber für mich ist Seven Days doch viel mehr dieses Erlebnis so dieses Walking Dead Erlebnis weißt du Loot spawnen aus durch die Gegend ziehen in 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 schwierige Gebiete reinfahren um um besseren Loot zu bekommen und solche Sachen das ist finde ich ne natürlich ist das repetitiv aber das ist ja auch nur deswegen repetitiv oder langweiliger weil man halt das so gut kennt und sich Seven Days von Version zu Version eigentlich in Nuancen unterscheidet und nicht jetzt irgendwie das Ruder komplett rumreißt ich glaube das ist einfach das Thema und wenn ich so manche Kommentare das denke ich mir kann ich nicht verstehen oder der Sinn wäre doch wer überlebt am längsten ne ist ein Spiel ist ein Sandbox Survival Spiel sogar ein Open World Sandbox also würde ich mal so nennen es gibt ja keine feste Story ne 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 und da kannst du das zocken wie du willst und wenn wenn das nicht so gedacht wäre gäbe es keine Option das auszuschalten also es hat seine Berechtigung dass seit Jahren möglich ist die Horden auszuschalten ja weil jeder mag wenn man wenn man irgendwie ne ne Horde Base hat und ne normale Base dann mag das ja noch irgendwie miteinander zusammenpassen ne aber und trotzdem finde ich die Mechanik äh einen möglichst narrativen oder ein möglichst gerades schmales Weg zu Wegding zu bauen so jetzt meine Güte äh um die denn sozusagen Kopfschluss wegzumähen ist das halt irgendwie ja man kann es natürlich auch anders spielen ich kann mich erinnern damals in den Anfängen ja aber dann hast du keine Chance mehr das ist der Punkt ja genau mein Punkt ist ja denn wenn du normal spielst einfach eine Mauern und irgendwie okay dann hast du vier Wände die zu verteidigen sind dann reißen die das ein den Turm den wir gebaut hatten ne ja ja genau diesen Leuchtturm den wir gebaut haben ja das war die Mechanik ja und wenn du das einmal irgendwie hinhast ich hab Rudel jetzt gerade wieder im Video geguckt die AFK Base geht immer noch auch in der 1.0 es gibt halt Möglichkeiten das so zu bauen und von daher finde ich es ja du musst ja praktisch absichtlich ich nenne es jetzt mal schlecht spielen auch wenn ich das nicht so meine aber du musst ja musst ja wissen ignorieren dass du das dann nicht überleben kannst genau und das finde ich halt irgendwie Quatsch ja ich hoffe ich hoffe jetzt halt auf Mod wenn jetzt die Underd Legacy kommt und dann geht es wieder mit nach Gewicht dass man halt nicht eben mal 20 Motoren einstecken kann nur weil der Inventar slotfrei ist das finde ich geiler und wenn du dann halt auch ein Gefäß brauchst um Wasser raus zu schöpfen und irgendwo rein zu kippen und solche Sachen das gibt mir einfach mehr haben sie übrigens auch geändert diesen Wassersammler diesen diesen Planling mit dem Fass drunter der hat ja vorher in der vorigen Version nur generiert immer wieder Wasser generiert Regenwasser und jetzt nur noch beim Regnen ne ne der generiert auch so aber er generiert Dreckwasser und es gibt praktisch verschiedene Mods für den Wassersammler nämlich erweitern vom Inventar ein Wasserfilter den du dann optional einbauen kannst damit das Ding halt sauberes Wasser generiert wir haben es so ein bisschen komplexer gemacht also minimal das jetzt nicht ja aber insgesamt muss man auch sagen das Spiel hat ne sehr gute Soundkulisse weißt du da ist wirklich da sind viele Töne drin das macht Sinn finde ich oder es wirkt sich harmonisch finde ich und das muss man den Spielen einfach lassen du merkst dass es sehr sehr gut funktioniert in dem was es macht ja das definitiv das hat jetzt nichts unbedingt mit der 1.0 zu tun sondern einfach dass es immer in den Nuancen besser wird kannst du dir so einen Charakter machen der sieht aus wie Daniel Trio weißt du Machete Machete ich gucke hier gerade so ein bisschen bei Steam durch die Screenshots oder halt Community Inhalte so weißt du und dann ja die sehen schon echt hübsch aus ja gefällt mir auch gut meiner ist eher Irokäse mit Lemmy Bart mit grauem Lemmy Bart ja ja gut 7 Days ja wirst du weiterspielen ich hab jetzt ja ich werde jetzt eine Zeit lang spielen aber im Endeffekt warte ich dann auf die Mods die kommen das war schon immer so in den vergangenen Jahren ein bisschen in Vanille reinschnuppern mal gucken was man so gerade an Gebäuden nicht kennt da sind ja doch einige dazugekommen das fände ich schon ganz schön kannst du dich an den an den Poi das ist ein Zweier Poi erinnern diese diese die kleine Kirche mit dem Friedhof außenrum wo in der Mitte so eine Kapelle war da kamen immer Zombies oben runter gehüpft weil die hatten so einen Rand da konntest du glaube ich auch hochspringen in der Mitte und dann gab es so eine Kellergewölbe mit so so alle klein so viereckig und das haben sie das haben sie umgebaut ja genau da stehen auch Weinfässer rum ja genau und zwischendurch ein paar Särge die du irgendwie looten kannst und so weiter und das Ding haben sie komplett umgebaut da kannte ich so noch nicht mit Eisengittern dazwischen und du wirst mehr so durchgeleitet weißt du mehr so wie so ein Gang wo du lang gehen sollst dann kannst du ja prinzipiell über lang gehen aber wirst du so ein bisschen geführt finde ich gut hat Spaß gemacht das waren so Momente wo ich dachte ah ja cool das war jetzt cool wenn man ein bisschen in Bedrängnis geraten weil man sich verschätzt weißt du so einen Gang zurückgehen in die Spitzen reinrennen und so das hat mir fand ich gut hat dann wieder Laune gemacht in dem Moment aber das war auch in der zweiten Runde ich glaube ab Folge 4 oder sowas weiß ich jetzt nicht am Montag die Folge doch dann ist es schon gelaufen ja aber was krass was krass für Blöcke da zum Bauen drin ist in Seven Days das ist halt mittlerweile echt mittlerweile sehr viel ja also durch diese Würfelform kannst du sehr und auch diese ganzen Sonderformen miteinander kompatibel ist das wundert mich schon krass also es ist halt allein runde Fenster zu machen habe ich ja in der Staffel davor schon gemacht dass du mal so ein rundes Fenster so ein großes Panoramafenster da in die Wandzimmer statt einfach nur eine Holzwand das macht echt viel aus da kannst du auch ein bisschen schön bauen also vielleicht nicht ganz so detailliert wie man es sich wünschen würde sind wir wieder bei Solmas aber da funktioniert es schon sehr gut Solmas funktioniert auch sehr gut also baue ich voll gerne muss ich ganz ehrlich sagen obwohl obwohl es ja nichts anderes ist als die anderen Spiele machen also mit einer normalen viermal also viergegen Plattform zweimal zwei Meter Foundation irgendwie die du dann aneinander stacken kannst und aber die haben auch ein Dreieck drin was andere Spiele wieder nicht können und dann kannst du die Foundation nämlich auch schräg anbringen da kannst du es schräg anbinden genau also man kann so ein bisschen rumtricksen was cool ist in dem Spiel also ähnlich wie in Ark wobei Ark bauen in Ark war immer Katastrophe also da ist das hier in Solmask schon echt es ist schon Gold ja also es macht auch und sieht schön aus und hübsch und wir haben jetzt da auf dem Server haben wir wenn wir ganz kurz so switchen jetzt hier auf dem Server haben wir so ein See gefunden nicht weit entfernt von unserer alten Position der noch ein bisschen so ein länglicher See ist und wo wir dann sozusagen am äußersten Rand in den See hineingebaut haben weißt du und dann ganz knapp über die Wasserüberfläche und dann haben wir so Bahnen gezogen so wie so ein ja also aber da sieht schon sehr sehr cool aus und dann so die diese Stege nenne ich sie jetzt mal überdacht mit mit Dächern und in diese Dächer dann so Lampen reingehängt also das du kannst schon echt cool rumspielen in dem Spiel muss ich sagen bei Solmask ich gucke mir so Bauvideos gerade an bei Solmask also wo jemand vorstellt eine gewisse Hütte oder so das sieht echt toll aus und dann habe ich gesehen eine von deiner Community ist ja alle von deiner Community da drauf die haben die bauen halt nicht mit normalen Wänden die bauen fast nur große Türrahmen und das sind die Wände und ich habe jetzt gemerkt du kannst ja dann noch einen Zaun reinsetzen genau und das zweistöckig dann sieht das aus wie so viktorianischer Style das sieht richtig gut aus genau das ist ein großer Balkon sozusagen ja mit dem Holz wird es noch besser dann kannst du auch die Zäune an die Treppen ansetzen dann werden die automatisch die Treppen wir bauen in Holz genau das ist das da wird dann noch schicker und später kommen nochmal Steine dazu und so weiter ich habe jetzt bei Joe rein da ist da viel ja wie war das den habe ich gesehen der hat da war eine Wüste und hat Straußen gefarmt oder gejagt oder nicht gejagt also Straußen ja wie das Reite wie das Alpaka oder wie die kannst du auch einen Strauß kannst du auch einen Strauß holen und die sind relativ stark also und da habe ich gesehen dass er ein paar Mal am Boden lag und ich also ich merke dass mich das Spiel überfordert teilweise also fordert in Form von zu viel Inhalt drin das viel Inhalt ja also vor allen Dingen habe ich gemerkt ist der der XP Grind ist hart finde ich weil ich mich ich habe mich dabei erwischt ganz selten draußen zu sein und wirklich äh äh sag ich jetzt mal so so Relikte zu farben nenne ich es jetzt mal weißt du irgendwie äh so zu kämpfen halt einfach sondern tatsächlich irgendwie wir haben da in der Nähe haben wir so eine Base und da haben wir irgendwie drei vier Level 14 15 und höher äh Leute gekriegt jetzt haben wir die ganze Base voller voller Menschen die da rumlatschen und wenn die erst wenn du da erstmal in so ein in so einem Tonus drin bist weißt du mit der geht hacken und dem kannst du sagen der geht soll soll da hacken gehen du kannst ja denen auch klar sagen wo die was machen müssen und so das ist total geil und hast du nachgeguckt ob du herstellen kannst auf Limit ich hab's nämlich nicht gefunden ich hab's nee hab ich nicht probiert genau ist glaube ich nicht drin das wäre mir ganz recht weil dann könntest du nämlich kontinuierlich zum Beispiel ähm äh was sich Foundations produzieren lassen dann könntest du sagen immer zum Limit bis 100 Holz und immer 100 Seine alle halbe Stunde das geht aber dann müsste ich dann ist ja eine permanente Produktion das bedeutet ja auch wenn jetzt angenommen im Umkreis von Base ist alles Holz weg dann würde ja alles Holz verarbeitet werden und dann hättest du kein Holz mehr für andere Dinge und so das ist irgendwie ich find so ein Lagerlimit Entschuldigung bitte ein Lagerlimit wäre cool dass du sagen kannst ich möchte immer 3 Sechs Holz das sind glaube ich 900 die Sechsten glaube ich bei 300 ja stimmt ja stimmt und das ist ja das krasse dass das Spiel noch wesentlich komplexer ist ja gerade das Level der Barbaren die du da zähmen kannst nenn ich jetzt mal hat gar keine Aussage im Endeffekt also weil das ja eigentlich nur die Stufe ist also Level Level 9 und äh den nenne ich irgendwie ich hab da ich hab zwei Männer gleichzeitig gefangen wir hatten immer nur Frauen jetzt hab ich zwei Männer gefangen die heißen Engelbert und Strauss wie geil ja und Engelbert ist eher so der der ist fürs Farmen gut ne der kann nischt aber Strauss Strauss hat ein ganz kleines Level und hatte schon äh mit diesem Level 9 als ich ihn bekommen habe hat der schon überall über 20 Level drin gehabt mhm der kann bis 120 150 irgendwie kann der Großschwert lernen und so 120 ja also 120 ist das Maximum was du in einer Sache ja dann ist der auf Maximum und der was also der 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 stellt nur noch meine Sachen her weißt du Strauss muss auch nichts anderes machen Strauss ist nur dafür da zu craften nur die guten Sachen weißt du und der haut da ein paar lila noch ein Schwerter raus auch also wirklich ja was ich erst spät gelernt habe dass die Farben wichtig sind das ist ja wie bei Diablo du guckst auf die Farben wenn du die scannst du kannst ja diese Qualitätseinschätzung in der Maske freisch ja du kannst ja in der Maske die du anhast kannst ja Qualitätseinschätzung freischalten geht relativ früh relativ am Anfang und sobald du Q gedrückt hältst kannst du am Anfang sind es glaube ich die Menschen scannen dann kannst du später noch Tiere scannen und 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 hast du wie so ein Fernglas wo du ran zoomst und gehst mit dem Cursor auf den auf die Person und dann sagt der das ist ein äh 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 bla 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 und so weiter siehst du die Grundwerte aber was auch wichtig ist ist die Farbe das ist nämlich praktisch so das das epische Item also das Rot ist praktisch die die höchste Stufe und deswegen sollst du halt gucken wenn du einen siehst mit Rot egal was der für andere Werte hat der kann trotzdem sehr gut in vielen Dingen sein und ich hab zum Beispiel meiner ist Schmalhans das ist so ein langer dünner äh der hat unheimlich krasse Bogenskills und Klingenskills krass also das ist für mich der der wird jetzt mein nächster Main Charakter werden ah man wechselt ja praktisch mit der Maske den Charakter du bist ja nicht praktisch der Charakter den du von Anfang an spielst sondern du spielst ja die Maske und die steuert andere und dann hab ich noch Barbie Barbie sieht aus wie so ein Supermodel weißt du mit mit Pferdeschwanz und blond und sehr dünn und äh die ist mein Tank die ist so krass die ist die ist auf Schilden und so weiter hat sie diese das ist das sind glaube ich gekreuzte Schwerter wenn ich mich jetzt nicht täusche ist irgendwie Stufe 2 das ist Zähigkeit heißt das glaube ich da haben die irgendwie eine Schadensreduktion von 50% das heißt die Hälfte des Schadens geht nicht durch an den an deinen Char dann hab ich dir so ein Bronzeschild gemacht Bronze normales Schwert und dann kannst du ja noch dann kannst du ja auf die Figur gehen festhalten Verhaltenseinstellung Angriffsmuster äh ja und sagst dem Bogenschützen ja bitte aber nur von ganz hinten du machst richtig Abstand von mir und dann bin ich praktisch in die Arena zum ersten Boss das ist so ein Tiger also es gibt mehrere Bosser die du besiegen musst im Spiel ja hab den beschworen und hab halt praktisch einen Bogenschützen mitgenommen ja einen Schmalhans und zwar mit dicken Knochenfeilen es gibt ja kleine und große Pfeile die müssen unheimlich lang gespannt werden haben aber dann richtig viel Schaden also praktisch so die mobile Balliste und hab dem gesagt du kämpfst von ganz weit hinten ja und lässt Abstand zu mir und dann hat der praktisch von außen den behakt und ich hab ihn geschlagen das Problem war ich hab ihn mehr ausgewichen an Schaden zu machen dann halt irgendwann ist die Akro auf den Übergang aber dann bin ich halt hin hab einmal gemacht ja gut jetzt das ist ja geil ja gute Taktik und hast du ihn geschafft ich hab ihn geschafft aber muss auch dazu sagen ich spiele auf eine Stufe leichter als auf dem Server weil der Server ist ja so eingestellt dass es für den Koop Sinn macht also dass du Herausforderungen hast sagen wir mal ja ich will für das Let's Play will ich eigentlich zeigen und dann nee ist auch richtig also ich weiß was ich ja auch eigentlich meinte ist oder womit ich ja eigentlich angefangen hab ne wo mein mein Satz irgendwann mal war dass dieser Grind also ich hab jetzt jetzt ewigst gebraucht gefühlt bis ich jetzt auf Level 20 war um um sozusagen ins nächste also ins Bronze-Zeitalter aufzustellen wenn du so willst also du kriegst fürs Craften und wenn du gut bist im Min-Maxen und deine Leute unter Kontrolle hast hast du das Problem dass dass du keine XP kriegst also und wenn denn nur verschwindend wenig also wenn jemand für dich craftet kriegst du ja dafür keine XP also entweder du stellst dich immer selber mit an die Crafting-Bank was aber eigentlich keinen Sinn macht weil andere machen es halt schneller und besser als ich so das ist das ist ein Nachteil jetzt mal auch die Stimmung sinkt das ist musst du ja auch drauf achten deine NPCs haben ja auch einen Stimmungsbarometer da musst du praktisch Wein zur Verfügung stellen du musst gute Möbel einen Esstisch vielleicht noch hinstellen dass sie das aus dem Esstisch nehmen und so sonst sind die halt pisst und das hat dann wieder negative also ich finde das Spiel ist schon das muss man auch wollen weißt du der musste Bock haben ja richtig also ich hatte mich dabei erwischt wie gesagt alter das ist jetzt aber wirklich grimy jetzt muss ich werde jetzt gezwungen rauszugehen Leute zu schlachten damit ich jetzt weiter craften kann wenn du so willst find ich fand ich nicht so gut da fand ich Mechanik in Arc besser dass du erstmal kriegst du XP über Zeit in Arc dann übers Farmen ein Stück weit das kriegst du natürlich bei Dings auch und nicht wenig den Server können wir gerne auch einen Zacken höher stellen weil ich finde auch dass ein bisschen Arc also dass man zumindest ein bisschen mehr kriegt ich glaube jetzt sind wir bei ich weiß nicht mehr genau welche XP Rate aber ein bisschen höher können schon sein also ich hab ja ich kann ja mal ganz kurz ganz kurz einen Check machen weil das würde mich jetzt gerade interessieren und zwar Soulmask habe ich gespielt Stunden genau 23 Stunden und ich hab die 23 Stunden komplett in diesen also es ist nicht so dass ich da irgendeinen links rechts habe und bin jetzt auf Level 20 es hat schon steht ein Update gerade an ja sehe ich auch gerade ich wollte gerade gucken wie viele Stunden aber irgendwie zeigt das mir nicht an weil das Update lädt oder was ich bin hier im Bibliothek da bin ich auch aber da steht jetzt recht nichts aber ich glaube das ist weil er gerade diesen Update Prozess hier fährt er lädt ja der lädt gerade das Update hier rein du hast 33 Stunden hast du 33 okay na guck mal du hast nur 10 Stunden mehr als ich ja ja ich hab ich spiele es ja ausschließlich im Let's Play und ähm ne 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 ich hab 48 Stunden da hast du kürzlich ich hab knapp 50 Stunden ich wollte gerade sagen also ich bin in dem Spiel echt es ist leider jetzt so aufs YouTube wir geht es echt steil bergab mit den Aufrufzahlen aber gut wir haben auch EM und wir haben Sommer und so weiter sind ja viele Faktoren hier zu führen aber da ich jetzt auch in Seven Days bin muss ich das jetzt ein bisschen strecken ich hab jetzt gesagt unter der Woche von Dienstag bis Donnerstag nur eine Folge am Tag und dann Restdoppel folgen oder vielleicht auch Montag nicht wenn der Podcast ist ich glaub so werd ich's machen bin ich mir ein bisschen unsicher weil zwei Dinger zwei Spiele gleichzeitig das nimmt mir wieder so viel Zeit für andere Sachen auszuprobieren das hab ich da hab ich keine Lust drauf ja ja nee Personmask Personmask weiterhin gut ähm bin wieder überrascht wie viel wie viel Inhalt da drin steckt und wir haben ja wir sind ja am Anfang also wir sind ja noch im Dschungel da kommt ja noch da kommt ja noch Wüste da kommt noch Eis da kommt noch Eis und Wüste genau Pläne keine Ahnung ja das ist echt krass es gibt noch irgendeinen europäischen Wald sagt jemand so sieht's ein bisschen aus soll auch noch kommen ja ich bin wirklich begeistert weiterhin naja zu zocken haben wir glaub ich schon aber da hat sich jetzt auch nicht viel angekündigt in letzter Zeit oder na na warte mal war da nicht irgendwas nee zu zocken ja jetzt erneuen Titeln die jetzt in nächster Zeit kommen es kam jetzt einiges raus Asuka ist rausgekommen aber genau Asuka hatte ich auch das ist mir zu ähnlich zu zu SoMask ich hab ich hab letztens überlegt mal so ein ich hab dieses American Arcadia das wollte ich mal spielen was ist das denn äh so ein so ein boah das ist ein Escape Ding jetzt muss ich kurz gucken wie nennt sich's denn selber es steht Point and Click ich weiß dass es aber kein Point and Click ist ist eher so ein Story Story Spiel in so einem ganz coolen Grafikstil ziemlich gut bewertet ja eine außergewöhnliche Geschichte um Trevor das spielt irgendwie so in den 70er 80ern ja aber werd ich wahrscheinlich auch nicht hinkriegen mal gucken werd ich wahrscheinlich auch nicht hinkriegen naja wann will ich das noch machen das ist ja jetzt weißt du wenn du da zwei Spiele bedienen willst oder zocken willst dann was mal so dann das das führt immer dazu bis du dann noch weniger Zeit hast alles gut geht ja nicht ja also man ist jetzt Sommer und jetzt ist es auch mal gut ja also irgendwann ist das auch mal Schluss so ähm wollen wir zum YouTube Verlauf kommen ja lass uns zum YouTube Verlauf kommen das klingt doch gut äh ich hatte durch den Hand of Blood der hatte reagiert auf ein Video von diesem The Edward oder und ähm ich hab von dem schon vorher gehört aber das war mir wieder ein Moment wo ich da wieder drauf gestoßen bin auf einen Kanal von einem jungen Mann hätte ich beinahe gesagt der dürfte so in meinem Alter sein geh ich mal davon aus der ähm hat einen YouTube Kanal und der macht so Real Life Sachen der Kanal ist null monetarisiert macht es einfach nur aus Spaß und alle freut und lädt da Videos hoch auf eine sehr eigene Art und Freunde von ihm haben eine Doku über ihn gedreht die ähm die Dokumentation über sein Schaffen was er da macht geht nur 13 Minuten und die hab ich euch mal in die Podcast Beschreibung gemacht The Edward was Gorsmas Schnupftabak und Bastelvideos genau der ist da ähm der ist auf einem separaten Kanal und ich würde sagen wir machen noch den ähm seinen persönlichen Kanal mit dazu oder richtig ja können wir mal gucken was er da so macht genau einmal die Doku und ihn ihn persönlich ist auf jeden Fall äh deutschsprachig ja der macht so ein bisschen Outdoor schnupft hat da auch so einen Akzent meine ich ne oder weiß ich gar nicht sehr sympathisch sehr sympathisch ein 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 Unikat auf YouTube mit was knapp 300.000 Abonnenten hat er 2000 wie über 2000 Videos und bringt regelmäßig hier raus die letzten Videos sind Knasttraining im Gartengym Sonntag Talk mit Ed oder Zuschauer Packerl auspacken Packerl das ist auf jeden Fall ein Unikat knabe gefallen genau der hat von von dem deswegen hat er darauf reagiert er hat vom Hand of Blood dieses Malzbier was er da rausgebracht hat getestet unter anderem ja ein ein skurriler Kanal der lohnt sich reinzuschauen ich hab Musik ich hab auch noch was anderes warte mal also kennst du Hotel Matze ja 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 klar die hörst du alle meine auch das haben wir schon ein paar mal besprochen was ich aber jetzt krass finde was für Leute aktuell bei dem im Podcast sitzen das das ist hier mit Friedrich Merz oder mit also einfach JP Kramer Martin Sonneborn warte mal hat er ja schon also hat er ja schon immer oder seit ich höre so berühmte Menschen finde ich gerade Alligator gut Til Schweiger der hat immer Politiker Schauspieler Musiker und so weiter das ist eigentlich so also mit JP hat er ja den alten Autotune dabei gehabt das hat er auch selber gesagt Markus Lanz Richard David Brecht habe ich jetzt gehört den fand ich immer super unsympathisch aber so was er da in dem Interview gesagt hat fand ich gut also der hat zum Beispiel was ich gut fand der hat erklärt warum er keine Angst hat dass Putin Deutschland angreifen wird oder Polen oder so weiter hat genau analysiert weil es immer Gründe gibt und bla und er hat es so aufgeschlüsselt und es war so es war irgendwie so ein paar beruhigende Worte ob das jetzt dem entspricht und ob das weißt du was ich meine also aber er hat das irgendwie so für mich ganz logisch erklärt ja das fand ich irgendwie ganz ganz interessant aber sonst finde ich den Typen irgendwie überheblich oder so also so kam er mir immer vor der Matze nein der ist so schön nein der Richard David brecht das ist für mich so ein Philosoph der sich irgendwie kam so ich bin was besseres rüber weißt du das macht vielleicht auch Angst weil der halt einfach gebildet ist und dein Verhalten dir direkt noch erklärt weißt du am besten so oder wie Menschen teilweise drauf sind oder so das ist wie Harald Schmidt da hab ich auch mal gedacht mit dem so in Torkin da bist du linguistisch einfach völlig unterlegen völlig unterlegen also mit dem möchte ich auch gar nicht sprechen da möchte ich lieber daneben sitzen wenn er mit jemand anders spricht ja und ein interessantes Thema ansteuert weil du bist auf jeden Fall nicht so wortgewandt wie der und so ist halt auch solche Typen da weiß ich nicht ja ich höre mir da vieles an ich höre mir auch Sachen an von Leuten die ich halt nicht wirklich sympathisch finde oder so aber ich finde immer das ist ganz interessant dass man dann vielleicht einen Eindruck bekommt von den Leuten und ich finde der hat eine sehr gute Art zuzuhören oder zu interviewen weil er ich finde ein guter interviewer wenn er was von dem anderen wissen will gibt er dem ja nichts vor oder suggeriert nichts dass er in eine gewisse Richtung geht oder irgendwas erzählt oder was was ich meine so also das finde ich immer sehr gut neutral zuhörend ja oder nicht neutral ist quasi quasi möglichst diplomatisch irgendwie ja ist krass auf jeden Fall wenn man hier so durchgerollt ist der hat mit Olaf Scholz geredet eine Stunde es ist ja krass ich habe das auch so hier Worldwide Wohnzimmer diese beiden Typen Felix Lobrecht Jürgen Klopp das ist ja auch sehr krass das war ein sehr gutes Interview das war ein sehr gutes Interview Ja okay das muss ich mir angucken das ist echt großartig die höre ich schon seit Jahren und ich finde immer ich gebe da auch viele weil manche interessieren mich einfach nicht so wirklich aber man muss sagen wenn du dich reinhörst also wenn die Stimmen für die Ohren gut sind man da zuhören kann da kommen echt interessante Sachen bei rum ich finde gerade oft auch so Psychologen und Analytiker die dann so Sachen einschätzen weil man selber ist ja dann irgendwie auch von Medien abhängig oder von Meinungen anderer so sind Menschen und wenn dann einer das so analytisch und wissenschaftlich auftröselt finde ich es irgendwie super interessant weil man dann eine andere Sicht auf Dinge bekommt also insgesamt kriegt man eine andere Sicht auf Dinge wenn man anderen Leuten zuhört das ist jetzt unabhängig ob die berühmt sind oder nicht ja denke ich auch auf jeden Fall also Hotel Matze könnten wir hier nochmal reinschmerzen ja gerne das ist ein sehr die sind wieder völlig abgedriftet könntest du den YouTube Kanal sogar reinmachen weil ich glaube die meisten Zuhörer sind hier da könnt ihr euch das nämlich ganz auch die neuesten sind alle in Videoform früher war es nur ein Audio und jetzt auch in Videoform schon sehr lange ja soll ich nochmal ein Lied hinterher schmeißen oder beziehungsweise das in dem Fall ist es Entschuldigung ist es ein Konzert eher wir können ja beide einen Song reinmachen weil du hast jetzt gerade kopiere ich mal eins nach unten oder du eins nach oben mein Musikvorschlag hier mit ja mach das mal wir machen beides rein machen wir es so genau dann ziehe ich das hier ran ich habe nur ganz kurz ich habe die Band Weezer super lange her dass die da groß waren die haben dieses The Blue Album so heißt das Album was so mit das erfolgreichste war was sie in den 90ern rausgebracht haben haben die hier sozusagen zum 30. Geburtstag live bei Spotify von sich gegeben und wirklich in einer richtig geilen Qualität und wirklich in einer richtig richtig cool dann reden sie noch ein bisschen so drüber das ist halt geil okay für mich nochmal was anderes gewesen Weezer Weezer ja ich habe auch schräg gehört nachdem wir uns letztens unterhalten haben weil das letzte Mal hat sie einen Musikvorschlag drin den Song haben wir jetzt noch I Don't Do Drugs ja wir haben sie noch angehört auch sehr sehr cool und weg von diesem Mainstream interessant jetzt nicht dass ich jetzt sagen würde ich höre nichts anderes mehr aber ich fand es auf jeden Fall sehr spannend und genauso geht es mir auch dem Song den ich jetzt vorschlage weil den habe ich selber vorgeschlagen bekommen durch Olli Schulz von dem Podcast Fest und Flauschig der ist ja selber Musiker und der hat immer ein paar Bands dabei die mir selten wirklich so gut zusagen also wo ich sage oh geil krass weißt du so aus diesem Ding aber heute ging es um was er als bestes Gitarren Solo hält oder die besten Gitarren Solos so um ging es und da hat er das Ding aufgeführt und da dachte ich oh wait a moment das interessiert mich ähm der Song heißt Maggot Brain und ist von Funkadelic heißen die die sind aus den 70ern irgendwann hab ich zuvor nie gehört und das ist wirklich 10 Minuten sehr typisch in der Zeit wo ich groß geworden bin mit langen Versionen und Gitarren und ist ohne Gesang ohne ein bisschen Inhalt Maggot Brain heißt der Madengehirn Magenhirn ja ähm hört er ja einfach mal rein also ich weiß nicht ich fand es irgendwie cool ich hab da reingehört und es hört sich bestimmt nicht so weg wie moderne Songs aber das ist eine unheimlich gute gut gespielte Gitarre absolut ja wer so ein bisschen auf 70er 80er Jahre Gitarre Soul Gitarre äh steht und mit ein bisschen also der hat da auf dem Verzerre drin und ziemlich viele Effekte und so und ist schon also da musst du das musst du mögen aber wenn du das magst dann magst du das auf jeden Fall ja genau so weil mit der Art von Am Anfang ich auch oh das ist mir jetzt hier zu 70s und dann ging er aber so ein bisschen und das war gut ja wenn du dich so ein bisschen ja der brauch ein bisschen aber das ist ja oft bei diesen langen Versionen heutzutage sind ja Songs drei Minuten und damals gab es halt noch langen Versionen und hab ich auch ich hundertprozentig bin ich bei dir ich hab den Song angefangen zu hören dachte oh nee war schon so kurz vor dem muss es sein so richtig holt er mich nicht ab aber wenn man sich die Zeit nimmt und möglichst auch jetzt nicht auf dem Handy Lautsprecher und mit diesem Hintergrund dass du du hast mir ja gesagt so kurz kurz nachdem wir angefangen haben dass er das spielen sollte als wenn seine Mutter gestorben wäre genau und mit diesem mit diesem Gedanken ist das nochmal ganz nochmal anders der Produzent oder Aufnahmeleiter oder so genau weiß ich jetzt auch nicht mehr das ist anscheinend auf den Gitarristen zugekommen der das gespielt hat und der hat praktisch zu ihm gesagt also hat es Olli Schulz erklärt ich gebe das jetzt auch noch wieder dass er jetzt sich in die Situation versetzen soll als wäre jetzt seine Mutter gestorben und dann dieses Solo spielen also es ist sehr ähm ist ja auch so gespielt der ganze also jetzt vom Grundarrangement und das ist wirklich die Gitarre jault dahin auf beste Art ja also es ist halt interessant ja es ist halt eine Musikrichtung und irgendwie fern von diesem das ist ein Song und der gefällt mir gut und den spiele ich rauf und runter sondern es ist eher so ein Moment ich stelle mir halt vor wie da jemand im Studio gerade steht weißt du ich sehe dieses Plektron ich sehe diese Seiten und diesen Musiker der in seiner Arbeit und seinem Schaffen gerade vertieft ist und ich finde das irgendwie total cool ja ja genau ja der die Außenwelt komplett ausgeblendet hat genau ja und einfach nur für sich einen geilen Song spielt ja ja schönen Song haben wir hier nochmal hier richtig links rausgehauen also linke links Folge 2 6 0 ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören und hab vielleicht einen Link mitgenommen irgendwelche Ideen Lebensweisheit und was auch immer wenn man das hier rausziehen kann oder wie man Excel Tabellen befüllt ja ihr Lieben bleibt gesund wir hören uns nächste Woche wieder und ja schönen Start in die Woche ja herzlichen Dank auch von meiner Seite meine Damen und Herren haben sie einen schönen Tag und ich winke ja 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 Vielen Dank.